All diese Formen, was bedeuten sie? Nimm deinen Boden. Oben? Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Alter, das sieht verdammt gut aus. Ja. Damit du jetzt den Mund hältst. Entschuldigung. Okay. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Ähm, Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Okay. Sieht verdammt gut aus. Ich kann da nicht schießen. Okay. Ich habe mir das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird. Boah. Hm. Aloy. Eine Maschine kommt. Runter. Und folge mir in das Ruhrgras. Okay. Die Gegner Arklos unsichtbar. Da. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Sieht schon geil aus. Bleib geduckt. Und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Okay. Ich werde dir folgen. Alles tun, was du tust. Oh. Noch einer. Lass ihn vorbei. Okay. 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 Komm, hier lang zurück. Okay. Oh. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Okay. Achte auf ihn. Okay. 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 Ich bin jetzt wohl gespannt, was passiert wäre, wenn ich die aufgescheucht hätte. Jetzt können wir einfach wieder laufen. Obwohl wir davor noch sind. Okay. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Dankeschön. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Okay. Okay. Welches Tan-Symbol? Wo ist denn das dann? Ja, okay. Vielleicht. Ah, da. Jetzt bin ich sichtbar. Jetzt bin ich getaunt. Sichtbar. Okay. Verstehe. Wer ist das? Ignorier ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tep. Komm nach Hause zurück. Tep. Wo bist du? Ignorier ihn. Wir sind Ausgestoßene erst vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt. Suchen wir die Herde. Folg mir. Okay. Ja, da hat man gerade nochmal gehört, wir sind Ausgestoßene. Die anderen sind vom Stamm. Und da vorne kommen wieder verdammt viele Gegner. Ich habe immer das Gefühl, dass wir uns gleich wieder... Oh. Verstecken müssen. Ich weiß jetzt zum Glück, dass wir... Wie es rollen geht. Okay. Okay, wir haben Angst vor uns. Alles klar. Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge. Wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Okay. Was haben wir jetzt? Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy. Und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folg mir. Ich glaube, wir den hier noch mitnehmen. Das ist markiert, ob du leer machst und zeigen, wie du leer machst. Okay. So, hier heilen eine Kräuter. Dann habe ich hier noch... Stein. Stein. Alter. Warte mal, wo... Ich nehme mal lieber mehr Steine mit. Weil ich bin sehr bekannt dafür, dass ich ganz schnell irgendwas verkacke. Dann kann ich besser ein paar Steine mehr mitnehmen, als ein paar Steine zu wenig. So, gucken wir uns das mal hier an. Okay. Ja, ja. Ich bin gleich auf dem Weg. 15% Gesundheit. Die Medizinbauten hinzugefügt. So, hier haben wir noch mehr. Wo ist denn da jetzt? Was hätte das gesagt, als wenn ich direkt neben mir wäre? Ja, ich bin auf dem Weg. Meine Güte. Da ist die Herde. Okay. Werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein. Aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnte die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Alles klar. Werde ich tun. So, da. Achso. Oh. Du hast ein Signal schon gegeben, richtig? Aloy, wirf einen Stein zu mir. Okay. Sollten, glaube ich, genau da hinwerfen. Und jetzt macht er zack, zack. Okay. Habe ich verstanden. Ich komme jetzt mal unter, ne? Okay. So, ich nehme mir nochmal lieber Steine, Mist. Ein paar. Ah, ne. Was kriege ich jetzt mit? Ich nehme mir jetzt mit. Reinholz. Brauche ich bestimmt. Irgendwann. So, da haben wir... Bäh, ha, ha. Da haben wir Steine. Leute, und ich zeige dir, wie man Pfeile macht. Okay. Drücke bei einer... Ha. Halte bei einer zerstörten Maschine. Direkt gedrückt. Und sie zu blindern. Okay. Ich kann bei... Alles nehmen, ne? Ja. Gut. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Okay. Oh. Herstellen. Und stelle ich gleich noch eine her. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Okay. Guck mal, jetzt können wir schon gleich beim ersten Mal... ...hier ein paar... ...Maschinentönen. ...Maschinen ausschalten. Hier. Duck dich ins Gras. Und sei leise. Das werde ich tun. Zeit für deine ersten Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können jeder töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick. Aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Okay. Kein Läufer-Scan. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Ich habe hier ein Petitsbuch. Ah, Körper. Harte Außenhüllen. Die, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützen. Aha. Lohbehälter treffen von Element Munition auf. Elementbehälter lösen. Eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schließt dieses Bottle ab, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Loh. Was ist denn Loh? Ah, okay. Zunder, Draht. Okay. Wer weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erlebte den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Okay. Nochmal. Laufen weg. Und. Nein, komm schon. Einmal noch. Treffer, weiter feuern. Letzter Stoß. Das hättest du ein bisschen früher sagen sollen. So, okay. Alles gut heute. Aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge. Der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy. Schnell. Okay. Ich renne hinterher. So, mal gucken, was da abgeht. Mal gucken, was mit dem Jungen passiert ist. Musik ist auch cool. Das gefällt mir echt schon. Also, das sieht schon, das sieht schon verdammt gut aus. Ich weiß nicht, wie es im Video rüberkommt. Guck mal. Leuchtkäfer. Leucht... Was heißt denn Leuchtkäfer? Ich weiß nicht mehr. Oh, shit. Oh, shit. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt. Ich schleif mich durch. Das wirst du nicht. Eloy. Okay. Auch wenn, dass das gerade eine doofe Tat war. Holy shit. Der hätte mir wenigstens mal einen Bogen wieder geben können. Wäre ja ganz nett gewesen. Okay. Hat er mich gesehen? Nein, leider nicht. Gut. Okay, jetzt bin ich also nicht sichtbar. Ist ganz gut. Der hat keine Spur. Der hat aber eine Spur. Der kommt jetzt auch, glaube ich, hierhin richtig. Okay, da guckt er hinten nach. So, ich will jetzt gleich, sobald er umdreht, beziehungsweise sobald er hinten guckt, will ich jetzt rüberrennen. Ich glaube, das wird funktionieren. Langsam und safe rüber. Ja, das bin ich gerade. So, hier ist keiner, der irgendwie eine Spur hat. Deswegen kann ich hier einfach rübergehen. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ja. Locker, Mädel. Alles viel gut. Fast geschafft. Ja. Was ist, wenn ich das abbaue? Merkt das auch? Das merkt er nicht super. So, jetzt kann ich hier vorbeigehen. So. Das nehme ich einmal mit und dann gehe ich direkt zum Jungen. Da ist er. So. Guten Tag. Hey. Hey. Was? Pssst. Folge mir. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich auch für den Jungen. Verdammt unerwartet. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Ja, wie schnauze. Soll es jetzt nicht unbedingt laut sein. Wie machst du das? Hier ist doch gar keiner. Ich kann hier gar keinem aus dem Weg gehen. Er geht jetzt da lang. Ich freu mich gerade, was die grüne Anzeige da unter meinem Leben ist. Wie ist das möglich? Wie ist was möglich? Ich laufe einfach nur gerade vor dem Weg. Also, ist es kein Spielzeug. Warte. Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. sie rettete mich ich wollte nur sei jetzt ruhig sie sind ausgestoßen beide und sie ist mutterlos komm jetzt zurück nach mutterherz der junge hätte nicht mit uns reden dürfen das ist gegen das gesetz gehen wir nach hause komm mit ich kenne den weg die mundjunge halt bitte den mundjunge bitte den mundjunge bleibt nicht mutter okay erstellungspunkte bieten möglichkeiten eine emotionale wahl zu treffen wie er ihre persönlichkeit ausdrückt liegt an dir wähle die faust dann stellt sich er leute herausforderung direkt wähle das gehirn dann zu erl und dann schlug ihm einen stein aus der hand das sieht cool aus war vielleicht nicht die richtige entscheidung schlug ihm einen stein aus du blutest lass mich mal sehen hier halt still gleich warum warum bin ich ausgestoßen aloy jetzt ist nicht die zeit wer war meine mutter aloy ich hab's dir schon gesagt das dürfen wir nicht wissen du warst noch ein säugling als die stamm mütter dich zu mir brachten und die stamm mütter wissen es ach so einfach ist es nicht aber sie wissen es wie wir sind ausgestoßene aber wie werden sie damit rausrücken die stamm mütter das könnte vielleicht möglich sein also wie denn es wird gefährlich wie du müsstest viele jahre üben ist mir doch egal wie funktioniert es sag es mir die erprobung der initiations ritus jedes jahr die ihn bestehen werden krieger aber wer auch immer gewinnt dem erfüllen die stamm mütter einen wunsch einen wunsch ja was immer der sieger sich wünscht dann mach ich es egal wie schwierig ich werde gewinnen verstehe dann lass uns anfangen dein training wird sehr hart und es wird jahre dauern trainieren? ja komm 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 wir ts Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020